Die Geschichte einer jeden Nation, der italischen aber vor allen, ist ein großer Sönökesmus, schon das älteste Rom, von dem wir Kunde haben, ist ein dreieiniges, und erst mit der völligen Erstarrung des Römer Roms endigen die ähnlichen Inkorporationen. Abgesehen von jenem ältesten Verschmelzungsprozess der Ramner, Dieter und Lusserer, von dem fast nur die nackte Tatsache bekannt ist, ist der früheste derartige Inkorporationsakt derjenige, durch den die Hügelbürgerschaft aufgingen dem palatinischen Rom. Die Ordnung der beiden Gemeinden wird, als sie verschmolzen werden sollten, im Wesentlichen gleichartig und die durch die Vereinigung gestellte Aufgabe in der Art gedacht werden dürfen, das man zu wählen hatte zwischen dem Festhalten der Doppelinstitution oder, unter Aufhebung der einen, der Beziehung der übrigbleibenden auf die ganze Vereinigte Gemeinde. Hinsichtlich der Heiligtümer und Priesterschaften hielt man im Ganzen den ersten Weg ein. Die römische Gemeinde besaß fortan zwei Springer und zwei Wolfsgilden und wie einen zwiefachen Maas, so auch einen zwiefachen Maaspriester, von denen sich späterhin der palatinische den Priester des Maas, der kolinische den des Quirinus zu nennen pflegte. Es ist glaublich, wenngleich nicht mehr nachzuweisen, dass die gesamten altlatinischen Priesterschaften Roms, der Orgon, Pontifices, Bestalen, Fethialen in gleichartiger Weise aus den kombinierten Priesterkollegien der beiden Gemeinden vom Palatin und vom Quirinal hervorgegangen sind. Ferner trat in der örtlichen Einteilung zu den drei Quartieren der palatinischen Stadt, Subura, Palatin und Vorstadt, die Hügelstadt auf dem Quirinal als viertes hinzu. Wenn dagegen bei dem ursprünglichen Synökismus die beitretende Gemeinde auch nach der Vereinigung wenigstens als Teil der neuen Bürgerschaft gegolten und somit gewissermaßen politisch fortbestanden hatte, so ist dies weder in Beziehung auf die Hügelrömer noch überhaupt bei einem der späteren Annexionsprozesse wieder vorgekommen. Auch nach der Vereinigung zerfiel die römische Gemeinde in die bisherigen drei Teile zu je zehn Pflegschaften, und die Hügelrömer, mögen sie nun ihrerseits mehrteilig gewesen sein oder nicht, müssen in die bestehenden Teile und Pflegschaften eingeordnet worden sein. Wahrscheinlich ist dies in der Art geschehen, dass jeder Teil und jede Pflegschaft eine Quote der Neubürger zugewiesen erhielt, in diesen Abteilungen aber die neu mit den Altbürgern nicht vollständig verschmolzen, vielmehr treten fortan jene Teile doppelgliedrig auf und scheiden sich die Titier, ebenso die Rahmner und die Lusserer in sich wieder in erste und zweite, prioris, posterioris. Eben damit hängt wahrscheinlich die in den organischen Institutionen der Gemeinde überall hervortretende paarweise Anordnung zusammen. So werden die drei Paare der heiligen Jungfrauen ausdrücklich als die Vertreterinnen der drei Teile erster und zweiter Ordnung bezeichnet, auch das in jeder Gasse verehrte Lahnpaar ist vermutlich ähnlich aufzufassen. Vor allem erscheint diese Anordnung im Heerwesen, nach der Vereinigung stellt jeder Halbteil der dreiteiligen Gemeinde hundert Berittene, und es steigt dadurch die römische Bürgerreiterei auf sechs Hundertschaften, die Zahl der Reiterführer wahrscheinlich auch von drei auf sechs. Von einer entsprechenden Vermehrung des Fußvolks ist nichts überliefert, wohl aber wird man den nachjährigen Gebrauch, dass die Legionen regelmäßig je zwei und zwei einberufen wurden, hierauf zurücksführen dürfen, und wahrscheinlich rührt von dieser Verdoppelung des Aufgebotes ebenfalls her, dass nicht, wie wohl ursprünglich, drei, sondern sechs Abteilungsführer die Legion befehligen. Eine entsprechende Vermehrung der Senatstellen hat entschieden nicht stattgefunden, sondern die uralte Zahl von dreihundert Ratsherren ist bis in das siebente Jahrhundert hinein die normale geblieben, womit sich sehr wohl verträgt, dass eine Anzahl der angesehensten Männer der neu hinzutretenden Gemeinde in den Senat der palatinischen Stadt aufgenommen sein mag. Ebenso verfuhr man mit den Magistratoren, auch der Vereinigten Gemeinde stand nur ein König vor, und von seinen hauptsächlichsten Stellvertretern, namentlich dem Stadtvorsteher, gilt dasselbe. Man sieht, dass die sakralen Institutionen der Hügelstadt fortbestanden und in militärischer Hinsicht man nicht unterließ, der verdoppelten Bürgerschaft die doppelte Mannszahl abzufordern, im Übrigen aber die Einordnung der Quirinalischen Stadt in die Palatinische eine wahre Unterordnung der Ersteren gewesen ist. Wenn wir mit Recht angenommen haben, dass der Gegensatz zwischen den palatinischen Alt- und den Quirinalischen Neubürgern zusammenfühl mit dem zwischen den ersten und zweiten Tätieren, Rahmenern und Lüsseren, so sind die Geschlechter der Quirinalstadt die zweiten oder die minderen gewesen. Indes war der Unterschied sicherlich mehr ein Ehren als ein Rechtsvorzug. Bei den Abstimmungen im Rat wurden die aus den alten Geschlechten genommenen Ratshörern vor denen der minderen gefragt. In gleicher Weise steht das kolinische Quartier im Range zurück selbst hinter dem vorstädtischen der palatinischen Stadt, der Priester des Quirinalischen Mars hinter dem des Palatinischen, die Quirinalischen Springer und Wölfe hinter denen vom Palatin. So nachbezeichnet der Sönökesmus, durch den die palatinische Gemeinde die Quirinalische in sich aufnahm, eine Mittelstufe zwischen dem Ältesten, durch den die Tietier, Ramner und Lüssere miteinander verwuchsen, und allen späteren, einen eigenen Teil zwar dürfte die zutretende Gemeinde in dem neuen Ganzen nicht mehr bilden, wohl aber noch wenigstens einen Teil in jedem Teile, und ihre sakralen Institutionen ließ man nicht bloß bestehen, was auch nachher noch, zum Beispiel nach der Einnahme von Elbe, geschah, sondern erhob sie zu Institutionen der Vereinigten Gemeinde, was späterhin in dieser Weise nicht wieder vorkam. Diese Verschmelzung zwar im Wesentlichen gleichartiger Gemeinwesen war mehr eine quantitative Steigerung als eine innerliche Umgestaltung der bestehenden Gemeinde. Von einem zweiten Inkorporationsprozess, der weit allmählicher durchgeführt ward und weit tiefere Folgen gehabt hat, reichen die ersten Anfänge gleichfalls bis in diese Epoche zurück, es ist dies die Verschmelzung der Bürgerschaft und der Insassen. Von jeher standen in der römischen Gemeinde neben der Bürgerschaft die Schutzleute, die höherigen Clientes, wie man sie nannte, als die Zugewandten der einzelnen Bürgerhäuser, oder die Menge Plebis, von Pleo, Pleinus, wie sie negativ hießen mit Hinblick auf die mangelnden politischen Rechte. Die Elemente zu dieser Mittelstufe zwischen freien und unfreien waren, wie gezeigt ward, bereits in dem römischen Hause vorhanden, aber in der Gemeinde musste diese Klasse aus einem zwiefachen Grunde tatsächlich und rechtlich zu größerer Bedeutung erwachsen. Einmal konnte die Gemeinde selbst wie Knechte, so auch halbfreie Hörige besitzen, besonders mochte nach Überwindung einer Stadt und Auflösung ihres Gemeinwesens es oft der siegenden Gemeinde zweckmäßig erscheinen, die Masse der Bürgerschaft nicht förmlich als Sklaven zu verkaufen, sondern ihnen den faktischen Fortbesitz der Freiheit zu gestatten, so dass sie gleichsam als Freigelassene der Gemeinde, sei es zu den Geschlechtern, sei es zu dem König ein Klientelverhältnis traten. Zweitens aber war durch die Gemeinde und deren Macht über die einzelnen Bürger die Möglichkeit gegeben, auch deren Klienten gegen missbräuchliche Handhabung des rechtlich fortbestehenden Herrenrechts zu schützen. Bereits in unvordenklich früher Zeit ist in das römische Landrecht der Grundsatz eingeführt worden, von dem die gesamte Rechtsstellung der Insassenschaft ihren Ausgang genommen hat, dass, wenn der Herr bei Gelegenheit eines öffentlichen Rechtsakts, Testament, Prozess, Schatzung, sein Herrenrecht ausdrücklich oder stillschweigend aufgegeben habe, weder er selbst noch seine Rechtsnachfolger diesen Verzicht gegen die Person des Freigelassenen selbst oder gar seiner Distendenten jemals wieder sollten willkürlich rückgängig machen können. Die Hörigen und ihre Nachkommen besaßen nun zwar weder Bürger noch Gastrecht, denn zu jedem bedürfte es förmliche Erteilung von Seiten der Gemeinde, dieser aber setzte das Bürgerrecht des Gastes in einer mit der römischen im Vertrag stehenden Gemeinde voraus. Was ihnen zuteil ward, war ein gesetzlich geschützter Freiheitsbesitz bei rechtlich fortdauernder Unfreiheit, und darum scheinen längere Zeit hindurch ihre vermögensrechtlichen Beziehungen gleich denen der Sklaven als Rechtsvorhältnisse des Patrons gegolten und dieser prozessuale sie notwendig vertreten zu haben, womit denn auch zusammenhängen wird, dass der Patron im Notfall beisteuern von ihnen einheben und sie vor sich zu krimineller Verantwortung ziehen konnte. Aber allmählich entwuchs die Insassenschaft diesen Fesseln, sie fingen an, in eigenem Namen zu erwerben und zu veräußern und ohne die formelle Vermittlung ihres Patrons von den römischen Bürgergerichten Recht anzusprechen und zu erhalten. In Ehe und Erbrecht ward die Rechtsgleichheit mit den Bürgern zwar weit eher den Ausländern gestattet als diesen keine Gemeindeangehörigen, eigentlich unfreien Leuten, aber es konnte denselben doch nicht wohl gewährt werden, in ihrem eigenen Kreiseehen einzugehen und die daran sich knüpfenden Rechtsverhältnisse der eherrlichen und väterlichen Gewalt, der Agnatien und des Geschlechts, der Erbschaft und der Vormundschaft, nach Art der Bürgerrechtlichen zu gestalten, teilweise zu ähnlichen Folgen führte die Ausübung des Gastrechts, insofern aufgrund desselben Ausländer sich auf die Dauer in Rom niederließen und dort eine Häuslichkeit begründeten. In dieser Hinsicht müssen seit uralter Zeit die liberalsten Grundsätze in Rom bestanden haben. Das römische Recht weiß weder von Erbgutsqualität noch von Geschlossenheit der Legenschaften und gestattet eines teils jedem dispositionsfähigen Mann bei seinen Lebzeiten vollkommen unbeschränkte Verfügung über sein Vermögen, andererseits, so viel wir wissen, jedem, der überhaupt zum Verkehr mit römischen Bürgern befugt war, selbst dem Fremden und dem Klienten, das unbeschränkte Recht bewegliches und, seitdem Immobilien überhaupt im Privateigentum stehen konnten, in gewissen Schranken auch unbewegliches Gut in Rom zu erwerben. Es ist eben Rom eine Handelsstadt gewesen, die, wie sie den Anfang ihrer Bedeutung dem internationalen Verkehr verdankte, so auch das Niederlassungsrecht mit großartiger Freisinnigkeit jedem Kinde ungleicher Ehe, jedem freigelassenen Knecht, jedem nach Rom unter Aufgebung seines Heimatrechts übersiedelnden Fremden gewährt hat. Anfänglich waren also die Bürger in der Tat die Schutzherren, die Nichtbürger die geschützten, allein wir in allen Gemeinden, die die Ansiedlung freigeben und das Bürgerrecht schließen, war es auch in Rom bald schwer und wurde immer schwerer, dieses rechtliche Verhältnis mit dem faktischen Zustand in Harmonie zu erhalten. Das Aufblühen des Verkehrs, die durch das latinische Bündnis allen Latinern gewährleistete volle privatrechtliche Gleichstellung mit Einschluss selbst der Erwerbung von Grundbesitz, die mit dem Wohlstand steigende Häufigkeit der Freilassungen mussten schon im Frieden die Zahl der Insassen unverhältnismäßig vermehren. Es kam dazu der größere Teil der Bevölkerung der mit den Waffenbezwungenen und Rom inkorporierten Nachbarstädte, welche, mochte er nur nach Rom übersiedeln oder in seiner alten, zum Dorf herabgesetzten Heimat verbleiben, in der Regel wohl sein eigenes Bürgerrecht mit römischem Mettökenrecht vertauschte. Dazu lastete der Krieg ausschließlich auf den Altbürgern und lichtete beständig die Reihen der patrizischen Nachkommenschaft, während die Insassen an dem Erfolg der Siegeanteil hatten, ohne mit ihrem Blute dafür zu bezahlen. Unter solchen Verhältnissen ist es nur befremdlich, dass das römische Patriziat nicht noch viel schneller zusammenschwand, als es in der Tat der Fall war. Dass er noch längere Zeit eine zahlreiche Gemeinde blieb, davon ist der Grund schwerlich zu suchen in der Verleihung des römischen Bürgerrechts an einzelne ansehnliche auswärtige Geschlechter, die nach dem Austritt aus ihrer Heimat oder nach der Überwindung ihrer Stadt das römische Bürgerrecht empfingen, denn diese Verleihungen scheinen von Anfang an sparsam erfolgt und immer seltener geworden zu sein, je mehr das römische Bürgerrecht im Preise stieg. Von größerer Bedeutung war vermutlich die Einführung der Zivilehe, wonach das von patrizischen, als Eheleute wenn auch ohne Konferiation zusammenlebenden Eltern erzeugte kindvolles Bürgerrecht erwarb, so gut wie das ein konferierter Ehe erzeugte, es ist wenigstens wahrscheinlich, dass die schon vor den zwölf Tafeln in Rom bestehende, aber doch gewiss nicht ursprüngliche Zivilehe eben eingeführt ward, um das Zusammenschwinden des Patriziats zu hemmen. Auch die Maßregeln, durch welche bereits in ältester Zeit auf die Erhaltung einer zahlreichen Nachkommenschaft in den einzelnen Häusern hingewirkt ward, gehören an diesen Zusammenhang. Nichtsdestoweniger war notwendigerweise die Zahl der Insassen in beständigem und keiner Minderung unterliegendem Wachsen begriffen, während die der Bürger sich im besten Fall nicht vermindern mochte, und infolgedessen erhielten die Insassen unmerklich eine andere und freiere Stellung. Die Nichtbürger waren nicht mehr groß entlassene Knechte und schutzbedürftige Fremde, es gehörten dazu die ehemaligen Bürgerschaften der im Krieg unterlegenen latinischen Gemeinden und vor allen Dingen die latinischen Ansiedler, die nicht durch Gunst des Königs oder eines anderen Bürgers, sondern nach Bundesrecht in Rom lebten. Vermögensrechtlich unbeschränkt gewannen sie Geld und Gut in der neuen Heimat und vererbten gleich dem Bürger ihren Hof auf Kinder und Kindeskinder. Auch die drückende Abhängigkeit von den einzelnen Bürgerhäusern lockerte sich allmählich. Stand der befreite Knecht, der eingewanderte Fremden noch ganz isoliert im Staate, so galt dies schon nicht mehr von seinen Kindern, noch weniger von den Enkeln, und die Beziehungen zu dem Patron traten damit von selbst immer mehr zurück. War in älterer Zeit der Klient ausschließlich für den Rechtsschutz angewiesen auf die Vermittlung des Patrons, so musste, je mehr der Staat sich konsolidierte und folgeweise die Bedeutung der Geschlechtsvereine und der Häuser sank, desto häufiger auch ohne Vermittlung des Patrons vom König dem einzelnen Klienten Rechtsfolge und Abhilfe der Unwill gewährt werden. Eine große Zahl der Nichtbürger, namentlich die Mitglieder der aufgelösten latinischen Gemeinden, standen überhaupt, wie schon gesagt ward, wahrscheinlich von Haus aus nicht in der Klientel der königlichen und der sonstigen großen Geschlechter und gehorchten dem König ungefähr in gleicher Art wie die Bürger. Dem König, dessen Herrschaft über die Bürger denn doch am Ende abhängt von dem guten Willen der Gehorchenden, musste es willkommen sein, in diesen wesentlich von ihm abhängigen Schutzleuten sich eine ihm näher verpflichtete Genossenschaft zu bilden. So erwuchs neben der Bürgerschaft eine zweite römische Gemeinde, aus den Klienten ging die Plebs hervor. Dieser Namenwechsel ist charakteristisch, rechtlich ist kein Unterschied zwischen dem Klienten und dem Plebeer, dem Hörigen und dem Manne aus dem Volk, faktisch aber ein sehr bedeutender, in dem jene Bezeichnung das Schutzverhältnis zu einem der politisch berechtigten Gemeindeglieder, diese bloß den Mangel der politischen Rechte hervorhebt. Wie das Gefühl der besonderen Abhängigkeit zurücktrat, drängte das der politischen Zurücksetzung den freien Insassen sich auf, und nur die über allen gleichmäßig waltende Herrschaft des Königs verhinderte das Ausbrechen des politischen Kampfes zwischen der berechtigten und der rechtlosen Gemeinde. Der erste Schritt zur Verschmelzung der beiden Volksteile geschah indes schwerlich auf dem Wege der Revolution, den jener Gegensatz vorzuzeichnen schien. Die Verfassungsreform, die ihren Namen trägt vom König Servius Dullius, liegt zwar ihrem geschichtlichen Ursprung nach in demselben Dunkeln, wie alle Ereignisse einer Epoche, von der wir, was wir wissen, nicht durch historische Überlieferung, sondern nur durch Rückschlüsse aus den späteren Institutionen wissen, aber ihr Wesen zeugt dafür, dass nicht die Plebeer sie gefordert haben können, denen die neue Verfassung nur Pflichten, nicht Rechte gab. Sie muss vielmehr entweder der Weisheit eines der römischen Könige ihren Ursprung verdanken oder auch dem Drängen der Bürgerschaft auf Befreiung von der ausschließlichen Belastung und auf Zuziehung der Nichtbürger teils zu der Besteuerung, das heißt zu der Verpflichtung, dem Staat im Notfall vorzuschießen, dem Tributum, und zu den Frohenden, teils zu dem Aufgebot. Beides wird in der servianischen Verfassung zusammengefasst, ist aber schwerlich gleichzeitig erfolgt. Ausgegangen ist die Heranziehung der Nichtbürger vermutlich von den ökonomischen Lasten, es wurden diese früh auch auf die begüterten Lokoblittes, oder die stetigen Leute azidui, erstreckt, und nur die gänzlich Vermögenslosen, die Kinderzeugerproletari, Capitizensi, blieben davon frei. Weiter folgte die politisch wichtigere Heranziehung der Nichtbürger zu der Wehrpflicht. Diese wurde fortan, statt auf die Bürgerschaft als solche, gelegt auf die Grundbesitzer, die Tribules, mochten sie Bürger oder bloß Insassen sein, die Heeresfolge wurde aus einer persönlichen zu einer Reallast. Im Einzelnen war die Ordnung folgende. Pflichtig zum Dienst war jeder ansässige Mann vom 18. bis zum 60. Lebensjahr mit Einschluss der Hauskinder ansässige Väter, ohne Unterschied der Geburt, so dass selbst der entlassene Knecht zu dienen hatte, wenn er ausnahmsweise zu Grundbesitz gelangt war. Auch die Grundbesitzenden Latiner, anderen Ausländern war der Erwerb römischen Bodens nicht gestattet, wurden zum Dienst herangezogen, sofern sie, was ohne Zweifel bei den meisten derselben der Fall war, auf römischem Gebiet ihren Wohnsitz genommen hatten. Nach der Größe der Grundstücke wurde die kriegstüchtige Mannschaft eingeteilt in die Volldienstpflichtigen oder die Vollhofener, welche in vollständiger Rüstung erscheinen mussten und insofern vorzugsweise das Kriegsheer, Klassis, bildeten, während von den vier folgenden Reihen der kleineren Grundbesitzer, den Besitzern von drei Vierteln, Hälften, Vierteln und Achteln einer ganzen Bauernstelle, zwar auch die Erfüllung der Dienstpflicht, nicht aber die volle Armierung verlangt ward, und sie also unterhalb des Vollsatzes, in Fröklässum, standen. Nach der damaligen Verteilung des Bodens waren fast die Hälfte der Bauernstelle in Vollhofen, während die drei Viertel, Halb- und Viertelhofener jede knapp, die Achtelhofener reichlich ein Achtel der Ansässigen ausmachten, weshalb festgesetzt ward, dass für das Fußvolk auf 80 Vollhofener je 20 der drei folgenden und 28 der letzten Reihe ausgehoben werden sollten. Ähnlich verfuhr man bei der Reiterei, die Zahl der Abteilungen wurde in dieser verdreifacht, und nur darin wich man hier ab, dass die bereits bestehenden sechs Abteilungen mit den alten Namen, Titis, Ramnes, Luseres Premi und Sekundi, den Patriziern blieben, während die zwölf Neuen hauptsächlich aus den Nichtbürgern gebildet wurden. Der Grund dieser Abweichung ist wohl darin zu suchen, dass man damals die Fußtruppen für jeden Felszug neu formierte und nach der Heimkehr endließ, dagegen die Reiter mit ihren Rossen aus militärischen Rücksichten auch im Frieden zusammengehalten wurden und regelmäßige Übungen hielten, die als Festlichkeiten der römischen Ritterschaft bis in die späteste Zeit fortbestanden. So ließ man dann auch bei dieser Reform den einmal bestehenden Schwadronen ihrer hergebrachten Namen. Um auch die Reiterei jedem Bürger zugänglich zu machen, wurden die unverheirateten Frauen und die unmündigen Waisen, soweit sie Grundbesitz hatten, angehalten, anstatt des eigenen Dienstes einzelnen Reitern die Pferde, jeder Reiter hatte deren zwei, zu stellen und zu füttern. Im Ganzen kam auf neun Fußsoldaten ein Reiter, doch wurden beim effektiven Dienst die Reiter mehr geschont. Die nicht ansässigen Leute, Azensi, neben dem Verzeichnis der wehrpflichtigen stehende Leute, hatten zum Heere die Werk- und Spielleute zu stellen sowie eine Anzahl Ersatzmänner, die unbewaffnet, weil er die, mit dem Heer zogen und, wenn im Felde Lücken entstanden, mit den Waffen der Kranken und Gefallenen ausgerüstet in die Reihe eingestellt wurden. Zum Behuf der Aushebung des Fußvolks wurde die Stadt eingeteilt in vier Teile Tribus, wodurch die alte Dreiteilung wenigstens in ihrer lokalen Bedeutung beseitigt ward, den Palatinischen, der die Anhöhe gleiches Namens nebst der Vilja in sich schloss, den der Subura, dem die Straße dieses Namens, die Karinen und der Celes angehörten, den Esquilinischen, und den Kolinischen, den der Quirinal und Viminal, die Hügel im Gegensatz der Berge des Kapitol und Palatin, bildeten. Von der Bildung dieser Distrikte ist bereits früher die Rede gewesen und gezeigt, in welcher Weise dieselben aus der alten palatinischen und quirinalischen Doppelstadt hervorgegangen sind. In welcher Weise es herbeigeführt worden ist, dass jeder ansässige Bürger einem dieser Stadtteile angehörte, lässt sich nicht sagen, aber es war dies der Fall, und dass die vier Distrikte ungefähr gleiche Mannzahl hatten, ergibt sich aus ihrer gleichmäßigen Anziehung bei der Aushebung. Überhaupt hat diese Einteilung, die zunächst auf den Boden allein und nur folgeweise auf die Besitzer sich bezog, einen ganz äußerlichen Charakter und namentlich ist ihr niemals eine religiöse Bedeutung zugekommen, denn dass in jedem Stadtdistrikt eine gewisse Zahl der rätselhaften Agarekapellen sich befanden, macht dieselben ebenso wenig zu sakralen Bezirken, als es die Gassen dadurch wurden, dass in jeder Anlagenalter errichtet ward. Jeder dieser vier Aushebungsdistrikte hatte annähernd den vierten Teil wie der ganzen Mannschaft, so jede einzelnen militärischen Abteilung zu stellen, sodass jede Legion und jede Zenturie gleich viel konskribierte aus jedem Bezirk zählte, um alle Gegensätze gentilizischer und lokaler Natur in dem einen und gemeinsamen Gemeindeaufgebot aufzuheben und vor allem durch den mächtigen Hebel des nivellierenden Soldatengeistes Insassen und Bürger zu einem Volke zu verschmelzen. Militärisch wurde die waffenfähige Mannschaft geschieden in ein erstes und zweites Aufgebot, von denen jene, die Jüngeren, vom laufenden 18. bis zum vollendeten 46. Jahre, vorwiegend zum Feldbedienst verwandt wurden, während die Älteren die Mauern daheim schirmten. Die militärische Einheit ward in der Infanterie die jetzt verdoppelte Legion, eine vollständig nach alter Dorischer Art gereihte und gerüstete Phalanx von 6000 Mann, die sechs Glieder hoch eine Front von 1000 Schwergerüsteten bildete, wozu dann noch 2400 ungerüstete Velites, S. 1, 84, A, kamen. Die vier ersten Glieder der Phalanx, die Klassis, bildeten die vollgerüsteten Hauptleiten der Vollhofener, im 5. und 6. standen die mindergerüsteten Bauern der 2. und 3. Abteilung, die beiden letzten traten als letzte Glieder zu der Phalanx hinzu oder kämpften daneben als leicht bewaffnete. Für die leichte Ausfüllung zufälliger Lücken, die der Phalanx so verderblich sind, war gesorgt. Es standen also in derselben 84 Zenturien oder 8400 Mann, davon 6000 Hauptleiten, 4000 der ersten, je 1000 der beiden folgenden Abteilungen, ferner 2400 leichte, davon 1000 der vierten, 1200 der fünften Abteilung, ungefähr stellte jeder Aushebungsbezirk zu der Phalanx 2100, zu jeder Zenturie 25 Mann. Diese Phalanx war das zum Ausrücken bestimmte Heer, während die gleiche Truppenmacht auf die für die Stadtverteidigung zurückbleibenden Älteren gerechnet wurde, wodurch also der Normalbestand des Fußvolks auf 16800 Mann kam, 80 Zenturien der ersten, je 20 der drei folgenden, 28 der letzten Abteilung, ungerechnet die beiden Zenturien der Satzmannschaft sowie die der Werk- und die der Spielleute. Zu allen diesen kam die Reiterei, welche aus 1800 Pferden bestand, dem ausrückenden Heer ward indes oft nur der dritte Teil der Gesamtsaal beigegeben. Der Normalbestand des römischen Heeres ersten und zweiten Aufgeburtsteck so nach auf nah an 20.000 Mann, welche Zahl dem effektiv Bestand der römischen Waffenfähigen, wie er weit zurzeit der Einführung dieser neuen Organisation, unzweifelhaft im Allgemeinen entsprochen haben wird. Bei steigender Bevölkerung wurde nicht die Zahl der Zenturien vermehrt, sondern man verstärkte durch zugegebene Leute die einzelnen Abteilungen, ohne doch die Grundzahl ganz fallen zu lassen, wie denn die römischen der Zahl nach geschlossenen Korporationen überhaupt häufig durch Aufnahme überzähliger Mitglieder die ihnen gesetzte Schranke umgingen. Mit dieser neuen Heeresordnung Hand in Hand ging die sorgfältigere Beaufsichtigung des Grundbesitzes von Seiten des Staates. Es wurde entweder jetzt eingeführt oder doch sorgfältiger bestimmt, dass ein Erdbuch angelegt werde, in welchem die einzelnen Grundbesitzer ihre Äcker mit dem Zubehör, den Gerechtigkeiten, den Knechten, den Zug- und Lasttierern verzeichnen lassen sollten. Jede Veräußerung, die nicht offenkundig und vor Zeugen geschah, wurde für nichtig erklärt und eine Revision des Grundbesitzregisters, das zugleich Aushebungsrolle war, in jedem vierten Jahre vorgeschrieben. So sind aus der servianischen Kriegsordnung die Manzipation und der Zensus hervorgegangen. Augenscheinlich ist diese ganze Institution von Haus aus militärischer Natur. In dem ganzen weitläufigen Schema begegnet auch nicht ein einziger Zug, der auf eine andere als die rein kriegerische Bestimmung der Zenturien hinwiese, und dies allein muss für jeden, der in solchen Dingen zu denken gewohnt ist, genügen, um ihre Verwendung zu politischen Zwecken für spätere Neuerung zu erklären. Wenn, wie wahrscheinlich, in ältester Zeit, wer das 60. Jahr überschritten hat, von den Zenturien ausgeschlossen ist, so hat dies keinen Sinn, sofern dieselben von Anfang anbestimmt waren, gleich und neben den Kurien die Bürgergemeinde zu repräsentieren. Indes wenn auch die Zenturienordnung lediglich eingeführt ward, um die Schlagfertigkeit der Bürgschaft durch die Beziehung der Insassen zu steigern, und insofern nichts verkehrter ist, als die servianische Ordnung für die Einführung der Timokratie in Rom auszugeben, so wirkt jedoch folgeweise die neue Wehrpflichtigkeit der Einwohnerschaft auch auf ihre politische Stellung wesentlich zurück. Wer Soldat werden muss, muss auch offizier werden können, solange der Staat nicht faul ist, ohne Frage konnten in Rom jetzt auch Plebeer zu Zenturionen und Kriegstribunen ernannt werden. Wenn ferner auch der bisherigen in den Kurien vertretenen Bürgerschaft durch die Zenturieninstitution der Sonderbesitz der politischen Rechte nicht geschmälert werden sollte, so mussten doch unvermeidlich diejenigen Rechte, welche die bisherige Bürgerschaft nicht als Kurienversammlung, sondern als Bürgeraufgebot geübt hatte, übergehen auf die neuen Bürger und Insassenzenturien. Die Zenturien also sind es fortan, die der König vor dem Beginn eines Angriffskrieges um ihre Einwilligung zu befragen hat. Es ist wichtig der späteren Entwicklung wegen, diese ersten Ansätze zu einer Beteiligung der Zenturien an den öffentlichen Angelegenheiten zu bezeichnen, allein zunächst trat der Erwerb dieser Rechte durch die Zenturien mehr folgeweise ein, als dass sie geradezu beabsichtigt worden wäre, und nach wie vor der sauvianischen Reform galt die Kurienversammlung als die eigentliche Bürgergemeinde, deren Huldigung das ganze Volk dem König verpflichtete. Neben diesen neuen grundsässigen Vollbürgern standen die angesessenen Ausländer aus dem verbündeten Latium als teilnehmend an den öffentlichen Lasten, der Steuer und den Frondin, daher Munizipes, während die außer den Tribus stehenden, nicht ansässigen und des Wehr- und Stimmrechts entbehrenden Bürger nur als steuerpflichtig, Errari, in Betracht kommen. Hatte man somit bisher nur zwei Klassen der Gemeindeglieder, Bürger und Schutzverwandte unterschieden, so stellten jetzt sich diese drei politischen Klassen fest, die viele Jahrhunderte hindurch das römische Staatsrecht beherrscht haben. Wann und wie diese neue militärische Organisation der römischen Gemeinde ins Leben trat, darüber sind nur Vermutungen möglich. Sie setzt die vier Quartiere voraus, das heißt, die servianische Mauer musste gezogen sein, bevor die Reform stattfand. Aber auch das Stadtgebiet musste schon seine ursprüngliche Grenze beträchtlich überschritten haben, wenn es 8000 Volle ebenso viel Teilhofener oder Hufenersöhne stellen konnte. Wir kennen zwar den Flächenraum der vollen römischen Bauernstellen nicht, allein es wird nicht möglich sein, sie unter 20 Morgen anzusetzen. Rechnen wir als Minimum 10.000 Vollhofen, so würden diese einen Flächenraum von 9 deutschen Quadratmeilen Ackerland voraussetzen, wonach, wenn man Weide, Häuserraum und nicht kulturfähigen Boden noch so mäßig in Ansatz bringt, das Gebiet zu der Zeit, wo diese Reform durchgeführt ward, mindestens eine Ausdehnung von 20 Quadratmeilen, wahrscheinlich aber eine noch beträchtlichere, gehabt haben muss. Folgt man der Überlieferung, so müsste man gar eine Zahl von 84.000 ansässigen und waffenfähigen Bürgern annehmen, denn so viel soll Servius bei dem ersten Zensus gezählt haben. Indes dass diese Zahl fabelhaft ist, zeigt ein Blick auf die Karte, auch ist sie nicht wahrhaft überliefert, sondern vermutungsweise berechnet, indem die 16.800 Waffenfähigen des Normalstandes der Infanterie nach einem durchschnittlichen die Familie zu fünf Köpfen ansetzenden Überschlag eine Zahl von 84.000 Bürgern zu ergeben schienen und diese Zahl mit der der Waffenfähigen verwechselt ward. Aber auch nach jenen mäßigeren Sätzen ist bei einem Gebiet von etwa 16.000 Hufen mit einer Bevölkerung von nahe an 20.000 Waffenfähigen und mindestens der dreifachen Zahl von Frauen, Kindern und Kreisen, nicht grundsätzigen Leuten und Knechten notwendig anzunehmen, dass nicht bloß die Gegend zwischen Taiba und Anna gewonnen, sondern auch die albanische Mark erobert war, bevor die servianische Verfassung festgestellt wurde, womit denn auch die Sage übereinstimmt. Wie das Verhältnis der Patrizier und Plebeer im Heere sich der Zahl nach ursprünglich gestellt hat, ist nichts zu ermitteln. Im Allgemeinen aber ist es einleuchtend einerseits, dass diese servianische Institution nicht hervorgegangen ist aus dem Ständekampf, sondern dass sie den Stempel eines reformierenden Gesetzgebers an sich trägt gleich der Verfassung des Lykurgos, des Solonen, des Zerleukos, andererseits, dass sie entstanden ist unter griechischem Einfluss. Einzelne Analogien können trügen, wie zum Beispiel die schon von den Alten hervorgehobene, dass auch in Korenz die Ritterpferde auf die Witwen und Weisen angewiesen wurden, aber die Entlehnung der Rüstung wie der Gliederstellung von dem griechischen Hauptleitensystem ist sicher kein zufälliges Zusammentreffen. Erwägen wir nun, dass eben im zweiten Jahrhundert der Stadt die griechischen Staaten in Unteritalien von der reinen Geschlechterverfassung fortschritten zu einer modifizierten, die das Schwergewicht in die Hände der Besitzenden legte, so werden wir hierin den Anstoß erkennen, der in Rom die servianische Reform hervorrief, eine im Wesentlichen auf demselben Grundgedanken beruhende und nur durch die streng monarchische Form des römischen Staates in etwas abweichend die Bahnen gelenkte Verfassungsänderung.